So, heute grüßt ihr General und willkommen hier zurück zu Amnesia the Dark Desert. So, hier ist eins und zwei. Ein großer und ein kleines Rad. Jetzt ist es schneller geworden. Aha! Nein, 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 nein. Ist es gut? Oder soll es ganz stehen bleiben? Hier gibt es ja nichts mehr, oder? Ja, genau, das hat mir schon gehe. Okay, gucken wir nochmal, gucken wir nochmal. Nein! Jetzt ist es ganz schnell. Okay. Oh Gott, jetzt ist es auf extrem. Okay, 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 okay. Hier machen wir das kleine und hier machen wir das große. Also ich hoffe mal, ich habe keine Ahnung. Sag mir ja keiner. Okay, hört sich gut an. Oh. Habe schon gedacht. War das jetzt nur ein Sound? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Nein, der kommt jetzt nicht hier rein. Nein, der kommt nicht hier rein. Nein. Das wäre relativ unlogisch. Das wäre unlogisch. Weil ich habe nichts zum Verstecken. Es ist hier nur ein Kackraum. Oh, da hinten hätte ich mich verstecken können, oder? Oh mein Gott. Oh. Vor allem, das war ein ganz anderes Viech. Auch die Musik ist ganz anders. Oh, scheiße. Gut, also ich... Dann ist es ein Mauspett. Okay. Sie hört auf, Gott. Musik hat aufgehört. Boah. Musik hat aufgehört. Aber immer noch... Halte ich nichts davon. Dahin muss ich nicht gehen. Aber das ist fies. Oh nein, 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 nein. Jesus. Du mal an. Oh, ernsthaft. Oh, ernsthaft. Jungs, ich mag das gar nicht. Also ich kann damit gar nichts anfangen. Wo muss ich hin? Ah ja, da. Oh ja, das Viecher ist weg. Das ist immer gut. Ich finde es immer gut, dass diese Viecher weg sind. Das wäre relativ, relativ gesehen, wäre es richtig eklig. Wenn diese Viecher hier immer patrouillieren würden. Autsch! Es ist immer noch an. Halte das drehende Wasserrad an. Ja. Ja. Hä? Haben wir es nicht richtig gemacht. Ich habe gedacht... Ja, aber ich habe doch alles ausprobiert. Wartet mal. Wir haben hier... Alles andere hätte für mich jetzt keinen Sinn ergeben. Oh ja. Oh, Moment mal. Uh, der macht das ja automatisch für mich. Wie praktisch. Oh mein Gott. Es ist nichts. Es ist keine Musik. Es ist gar nichts. Relativ. Wenig. Oh ja. Nochmal sowas. Man kann nicht hindurch. Wow. Eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Und das heißt... Dass wir da auch gehen müssen. Gehe ich mal davon aus. Oh nein. Oh, tote Mäuse. Oh. Oh oh. Okay. Okay. Daniel. Was? 16 Schatten. Oh. Das ist ekelhaft. Ich habe eine Leiche mit mir. Keinen Schatten. Oh mein. Okay. Gut. 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 Das wird mir langsam echt ein bisschen zu. Oh. Aber hier ist ja nichts. Oha. Da rumort was. Kann ich still den Stein abnehmen. Wow. Krass. Gut. Dann gehe ich mal lieber. Hm. Ähm. Okay. Okay. Okidoki. Aber ich verstehe jetzt immer noch nicht. Das mag ich. Ich mag das gar nicht. Aber ich verstehe jetzt leider immer noch nicht. Lass mich mal nachdenken. Das eine ist... Mal. Was mache ich? Was soll ich denn machen? Soll ich das mit dem Hammer knüppeln? Was war jetzt da drin? Da... Ma... Oh. Ich höre schon wieder irgendwas quietschen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Gut. 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 Wir behalten die Herrschung. Wir verlieren nicht die Herrschung. Oh scheiße. Oh. Ich habe hier überhaupt nichts zum Verstecken. Oh. Ich habe hier gar nichts zum Verstecken. Oh mein Gott. Oh. Ich wäre relativ geliefert. Oh scheiße. Nein. 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 Scheiße. Ich habe hier nichts zum Verstecken gemacht. Okay. Okay. Ha. Ach. Moment mal. Habe ich hier nämlich nicht irgendwie... Ein versperrtes Zuhause von dieser... Oh. Dankeschön. Oh Gott. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht gucken. Ich will gar nicht gucken. Da steht immer noch. Oh scheiße. Hm. Hallo. Bist du da? Es war auf jeden Fall da. Es war auf jeden Fall da. Weil die Tür ist offen. Ich habe es dir nicht zugemacht. Fertig? Fertig? Schein so. Cool. Nee. Bam. Bam. Also hoffe ich doch mal. Hallo. Oh. Uh. Sehr nett. Sehr nett. Dankeschön. Sehr. Nett. Oh Mann. Ach. Jetzt geht es hier schon wieder. Oh nein. Nein. Aber das war jetzt nicht hinter mir, oder? Sonst. Okay. Gut. Okay. 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 Oder? Macht mich nicht unglücklich. Fertig. Jungs. Mädels. Packt es nicht. Musik ist immer noch da. Aber irgendwie kommt das Viech nicht her. Ha. Ich finde es echt schön, dass ich so viel, ähm, dass ich so viel Öl habe, ne? Das ist... Witzig. Wo ist jetzt das Viech? Kommt's gar nicht. Ich hab gedacht, es kommt nicht. Kommt's. Oh. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Ich hör jetzt auch nix. Kein. Ne. Schritt. Te. Kein. Ne. Schritt. Hä? Okay. Hä? Ich hab auch das Gefühl, es hört leider nicht auf. Leider. Leider. Oh. Mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Okay, 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 doki, okay, okay. Oh, okay, doki. Kommen wir von der anderen Seite. Und hoffen, dass wir dann dem Monster vorbeigehen. Tun wir das? Ich hab das Gefühl, wir sind hier leider in einem verdammten Kreis drin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der war... Oh ja. Meine Bitte. Da steht es. Okay, gut. Es bewegt sich nicht. Das ist hervorragend. Ey, nass irgendwas. Cooles. Nehmen wir es. Nein, du sollst es nehmen. Dankeschön. So, und was machen wir jetzt? Nee, 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 nee. Wir müssen es... Ich würde mal behaupten, wir müssten es ablenken. Können wir so einen Giftpilz nehmen und dem das ins Essen mischen und dann stirbt er einfach. Wie lenken wir so einen Viech ab? Können wir den Stein nehmen? Das... Oh mein Gott, diese Geräusche. Oh ja, wir können den Stein nehmen. Okay. Okay, 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 okay. Wir nehmen den Stein... Äh... Ich hab keine Ahnung. Okay. Hat noch keinen Eindruck gemacht, als... Wo ist der Stein hin? Der Stein, er ist... weg. Er ist doch viel zu weg. Tatsächlich? Ernsthaft? Er ist weg? Ernsthaft? So blöd? Oh, krass. Was ist los mit mir? Okay, gut. Also, ich nehme den Stein, schmeiß den da hin, mache eine Runde und... Ja, haben viel Spaß. Okay. Oh ja, oh ja. Oh ja, ich glaube, er hat's gehört. 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 Oh mein Gott, ich hörte irgendeinen Scheiß. Oh, ich hörte irgendeinen ganz kranken Scheiß. Oh ja, oh ja. Ich glaube, wir haben ihn erfolgreich. Ich glaube, wir haben ihn ganz erfolgreich. Ist er weg, ist er weg, ist er weg, ist er weg. Oh ja, er ist sowas von weg. Oh ja, er ist sowas von weg. Und ich hoffe, da kommt jetzt kein anderes Viech. Ich weiß nicht, welches relativ geliefert. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh ja! Oh mein Gott. Scheiße! Ich habe erst gedacht, das Viech steht vor mir an der Tür. Dabei stand es hinter mir. Das hat gut getan. Oh, das hat sehr gut getan. Boah, krass, 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 krass. Alter, und jetzt kommen wir aus einem Brunnen oder was? Oh mein Gott. Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar von seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt, würde er das tun? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall so verrückt, dass ich jetzt hier das Schwitzen anfange. Vor Angst. Oh Mann. Oh, cool. Gleich mal hier vier Türen. Hört sich relativ gut an. Hallo. Ah, da geht es gleich weiter. Dann lassen wir die Tür mal so offen. Lassen wir mal so stehen. Rührt sich nicht. Da ist ein Seil, was sich wahrscheinlich nicht rührt. Weil es ziemlich fest aussieht. Aha. Hier rührt sich nur eine Zinderbock. Zinder, 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 Zinderbüchse. Okay, wir lassen die Tür mal offen, dass wir da drin waren. Oh, da geht es auch weiter runter. Halleluja. Okay. Also, wir haben zwei Türen. Boah. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier in diese Tür... Machen wir ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Studio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video bei Amnesia the Dark Desert mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüss.